Natürliches Trocknen ist nicht nur besser für Ihre Wäsche und die Umwelt, es spart auch Geld. Die Wäschespinne Lift-O-Matic kann stufenlos auf Ihre ideale Arbeitshöhe eingestellt werden und hat immer straff gespannte Leinen. Die unterste Position eignet sich ideal zum Lüften von Kissen und Bettwäsche. Die Trockenarme lassen sich auch im berückten Zustand leicht drehen. Ein mühevolles Herumtragen Ihres Wäschekorbes ist daher nicht mehr nötig. Die Lift-O-Matic verfügt über qualitativ hochwertige UV-beständige Wäscheleinen mit rutschfestem Profil. Die einzelnen Leinen lassen sich jederzeit einfach austauschen. Alle Trocknungsarme sind mit speziellen Ösen für Kleiderbügel ausgestattet. Ideal zum Trocknen empfindlicher Kleidung und mit ausreichend Platz für die gesamte Familienwäsche. Eine stabile Aufhängeschlaufe sorgt außerdem für eine kompakte Lagerung. In den meisten Fällen wird die Lift-O-Matic entweder mit einem Metallbodenanker oder Betonhülse geliefert. So vermeiden Sie störende Hindernisse in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Beide sind auch separat erhältlich. Eine wetterbeständige Schutzhülle und anderes nützliches Zubehör sind ebenfalls separat erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017